Und da sind wir auch schon wieder. Ich muss gestehen, bei meiner letzten Aufnahme ist was schief gegangen. Es hat mal wieder nicht richtig gespeichert. Deswegen jetzt den ganzen Spaß nochmal. Aber wahrscheinlich mit ein paar weniger Sackgassen, in die wir laufen. So. Wir wollten versuchen, uns den Kredit zu klauen. S. Und dann wieder so. Und ich glaube dann wieder so. Ja. Gut, der Zettel reicht uns. Ich weiß nicht, dass es etwas Besonderes ist. So, ich habe noch ein paar Leute gefragt, wer mit in meine Kuh möchte. Außer Otis, der Gefängnisinsasse, hat sich leider keiner dazu bereit erklärt. Deswegen holen wir den noch fix. So. Also wie ich im letzten Teil herausgefunden habe, muss man den Krog benutzen, um Otis aus dem Knast zu holen. Der ist allerdings so ätzend, nicht mal die Tasse übersteht ihn. Deswegen haben wir mehrere Tassen. Wobei es schöner, wenn es funktioniert. Wieso nicht? Jetzt machen mich nicht alle zu spät. Das scheint nicht zu funktionieren. Es gibt nichts Besonderes. So, äh, was war denn jetzt mit der Schuttermähen? Verdammte Axt. Äh, 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 äh. So, äh, 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 äh. So, äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Krug. Mit Krug. So. Ähm. Ja, man hätte wieder abkürzen können, aber wir haben doch genug Krüger. So, äh, 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 äh. So, äh, äh, äh. So, äh, äh, äh. So, äh. So, äh. Open it, cellar. Ich denke, dass ich diese Sachen trinken habe. Ich bin frei! Oh ja, danke. Wenn es überhaupt nichts kann ich für dich tun? Well, eigentlich ist es etwas. Ich schaue für brave Menschen, um meine Crew zu sein und auf die Monkey Island mit mir zu retten, um den Gouverneur zu retten. Sie hat den Fearsome Piraten Lechuk und hat sich gegen ihre Wille in seinem Geheimnis gehalten. Ich glaube, wir müssen nach Monkey Island und... Hey, look behind you! Ich hatte einen Monkey! Ich glaube, ich fell für das. Pretty good trick, though. Ich hoffe, das Rumirren aus dem letzten Teil fehlt euch jetzt nicht unbedingt. Soviel zum Thema Rumirren. Soviel zum Thema Rumirren. Ihm schon mal sicher! Wir müssen kurz nach Bunt. Ich bin in dem Tbre-Gespanel. Ich habe ihn jetzt an den Tbre-Gespanel. Ich bin die Tbre-Gespanel. Und ich habe ihn mit mirochen, Ich habe ihn mit. Früher war der Mond also kleiner, gut zu wissen. So, dann organisieren wir uns mal das Schiff. So, dann sehen wir uns mal wieder. Hey, ich möchte immer noch das pilieste Schiff haben. Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Ich weiß es, ich weiß es. Kannst du es aus deinem Gehirn, kannst du? Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Divorce, Bankruptcy, Chronic Gambling Mishaps. Ich meine, wer bin ich zu judge, richtig? So, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Ich weiß es, ich weiß es. Und ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. So, ich weiß es. So, ich weiß es. Let's talk extras. Extras? Extras? You wanna talk extras? Extras? Great! This baby's loaded with extras. Extras? For instance. Did I tell you about the porthole defoggers? Oh, we can't eat. I think I can live without that particular piece of junk. Okay, but don't blame me if you run into an iceberg or something. But wait, there's more. So, das ist schon sehr cool. Ich denke, ich kann nicht leben ohne diesen bestimmten Schrank. Ja, nein. Barely. But wait, there's more. Did I tell you about the velour sail covers? Oh, thanks, Wayne. I think I can live without that particular piece of junk. Hey, Travel Light, I can understand that, sure. Of course, mutiny is an ugly word. But wait, there's more. Did I tell you about the tachometer? I think I can live without that particular piece of junk. Wow, does your wife know you're such a cheapskate? But wait, there's more. Did I tell you about the elevator made with wood from burgundy wine casks? Nothing about extras already. Okay, where were we? I'd like to make you an offer. Great! How much? Let's start my kleiner one. Okay, okay. 4,000 pieces of egg. Sure. I guess we can start out at the bottom. I got all day. I'm gonna be getting a whole new shipment next week. So, you got me over a barrel. I've got to sell this baby, even if it means losing my shirt. Well, what do you think it's worth? You could sell this puppy away today for just 8,200 pieces of egg. How does that sound to you? I'd like to make you an offer. Great! How much? I don't know why this happens sometimes. Alright, 5,000. But that's my final offer. That's a little bit more like it. But not much. I know you can try harder than that. Just tell me, what would it take to get you to sail this ship away today? Well, what do you think it's worth? You could sail this puppy away today for just 7,750 pieces of egg. How does that sound to you? Let's talk extras. I think I can live without that particular piece of junk. Did I tell you about the elevator made with wood from burgundy wine casks? I think I can live without that particular piece of junk. Yeah, I guess that is kind of decadent, isn't it? But wait, there's more! Did I tell you about this simulated wood siding? I think I can live without that particular piece of junk. Okay, but I'm telling you, barnacles hate simulated wood. But wait, there's more! Did I tell you about the porthole defoggers? I think I can live without that particular piece of junk. Okay, but don't blame me if you run into an iceberg or something. But wait, there's more! Did I tell you about the anti-lock anchor? Enough about extras already. Okay, where were we? I'd like to make you an offer. Great! How much? Five thousand. And that's my final, final offer. Five thousand pieces of eight? Okay, okay. It's killing me, but okay. And I thought I was gonna give my children Christmas presents this year. Just take it out of here. I'm glad to get rid of it. Oh, yeah. Do you have that note from the storekeeper on your room? Thanks. I've gotta run these numbers by my boss. He'll think I'm nuts, but I'll talk him into it. You meet me at the dock with your crew. I'll bring the ship and the papers. I just wanna say that I really feel like we got to know each other today. I mean, I really felt some bonding here. And I don't just say that to everybody. It's been great doing business with you. Really? Sucker. See you at the dock and don't forget your crew. All three of them. Drei, Leute. Haben wir. Gut. Dann würde ich sagen, im nächsten Teil gehen wir zum Dock und versuchen mal nach Monkey Island zu kommen. Bis dahin.